Aufwach, aufwach, auf! Du musst endlich aufwachen! Komm schon, komm schon! Gib, 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 gib! Tempo zulegen! Mach dir auf! Du, Rocky, was sagt meine Schwester dazu? Wollte du würdest mal mit dir reden? Das hier passt überhaupt nicht. Die ganze Zeit weint sie und so. Sie würde nicht, dass ich wieder bockse... Sag mal, sie tippen wir uns hier auf dem Familientreffen? Los, an die Arbeit! Wärts bald? Du, Jeff, diesen Schack so lange, bis es wehtut. 500 Mal mindestens und keine Pausen! Ja, in, da! In, zwei! Links, an, links! Eins, zwei, eins, drei! Tempo! 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 Komm, besorg mir neunmal! Damit wirst du ihnen den Schneid abkaufen! Wir hätten schon letztes Mal gewinnen müssen, aber diesmal wärst du furchtbar, hey, Junge! Du wärst du einen unglaublich schnellen die Fallgebischen Post. Hey, ist dir nicht gut? Was ist denn los mit dir? Also, etwas, was dir gesagt sei. Für einen, einen Kampf von 45 Minuten, heißt es hart trainieren. Und zwar für 45.000 Minuten. 45.000! Das sind zehn Wochen, das sind zehn Stunden täglich. Und du hast jetzt noch nicht mal eine Trainigung. Da drüben noch kaputt. Bin ich auch noch mit mir an, Paulie. Ich will nur erreichen, dass hier nichts passiert. Ja, und wie? Indem du hier blöde Viecher fütterst? Habe ich dir das dann vorbeigebracht, einen Mann im Stich zu lassen, wo er dich braucht? Nein, das mache ich nicht! Ich bin ein Blinden und macht dir das nichts außer bei mir! Ich liebe ihn und tu dich! Was ist eigentlich mit dir los? Hast du dein Problem mit dir? Was ich für ein Problem habe? Du hast ein Problem, mein Junge. Du hast das Herz nicht mehr, mein Freund. Was ist los mit dir? Hast du denn gar keinen Bummen mehr, hm? Du hast nicht mehr Energie wie ein Rummelboxer. Verschwinde bitte meine Zeit nicht mehr länger. Hast du gehört? Verschwinde! Geh zurück in die Docks, wo du hergekommen bist! Werd wieder ein Niemann, ein kleiner Zeigroschendauner! Aber lass dich bloß hier niemals wiedersehen! Eigentlich will ich zu alt werden, um meine kostbare Zeit an einem Mann zu verschwenden, der mich arbeitend findet! Hey, Rock, du sollst mal in die Tierhandlung kommen! Warum das? Deiner Frau geht's schlecht. Bartala-Darkala-Darkala-Darkala. Ihr könnt, die Leute, die Leute zu Jetsange verteidigen, wie viele Leute zu tun werden. Leise!! Untertitelung des ZDF, 2020